Leute, ich glaube, man sieht das Zentrum, also da drüben, das kommt jetzt langsam näher, also nicht näher, aber man sieht jetzt, oh, also man sieht ja die ganze Zeit Blitze. Und ja. Mal gucken, was noch bringt. Der da hinten, der am Hocker stand, ist eine komplette Gewitterlinie. Oh, das hat gerade geblitzt, aber ich glaube, das hat man nicht auf der Kamera gesehen. Aber es war mehr hier drüben selber da. Oh, jetzt haben wir auch eine Gewitterwarnung, vielleicht mache ich auch noch das ein oder andere Video. Aber jetzt blitzt es leider hinter dem Haus. Aber es blitzt gut. Ich weiß ja nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Ich guck mal mit auf die Kamera. Nein, das sieht man nicht auf der Kamera. Sonne ist sch... Ja, zu. Okay, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal für diesen Update. Das war ein mega kleiner Blitz. Ja, das war's. Vielen Dank.